Musik Also das Besondere an dem Steckverbinder Kongress ist die Vielfalt der hier vertretenen Unternehmen, die Differenzierung auch untereinander und natürlich hier Thema Digitalisierung Industrie 4.0, was hier auch rege diskutiert wird. Ich stelle fest, dass es ein unglaublich kompetentes Forum geworden ist. Es ist über Jahre gewachsen, es sind immer neue Anbieter, sehr interessante Vorträge, es ist ein kompletter Querschnitt durch die Branche und ich glaube, wenn in Deutschland einer über Steckverbinder nachdenkt und hier nicht ist, hat er einen Fehler gemacht. Das Besondere am Steckverbinder Kongress ist eigentlich, dass man viele Dinge lernen darf. Ich bin beeindruckt, was an Vorträgen kommt, was man hören darf. Der Steckverbinder Kongress ist wie in den Vorjahren auch immer wieder eine interessante Plattform zum Austausch, Informationsaustausch, Neuheiten, Kontaktpflege, neue Kontakte schaffen. Es ist besonders, weil viele Firmen hierher kommen und in einem Besuch kann man viele Firmen mit verschiedenen Konnektoren sehen. Das Besondere am Steckverbinder Kongress ist einfach, dass man über den Tellerrand hinaus blicken kann, dass man die verschiedenen Techniken und andere Steckverbinder einfach mal kennenlernt, einfach mal mitbekommt, was gibt es sonst noch. Das Außergewöhnliche am Steckverbinder Kongress ist, dass hier die ganze Branche repräsentiert ist mit ihren Herstellern und dass es sehr viele gute Workshops gibt, wo wirklich Know-how übertragen wird. Der Workshop für mich war sehr informativ. Teilweise konnte ich viele Informationen mal wieder auffrischen, obwohl ich sehr viele Jahre im Bereich Steckverbinder Verkauf schon tätig bin, war es hochinteressant, einfach mal wieder ein wenig erinnert zu werden, was gibt es denn für Fehler. Viele Fachbegriffe tauchen wieder auf, die man wieder mal richtig einsortiert. Also das war für mich ein sehr interessanter Vortrag. Also beispiellos ist, dass hier sehr viele Anwender und Hersteller da sind. Viele Anwender haben Probleme und das wird hier präsentiert, was es Neues gibt, was man verändern kann, wo die Fehlermöglichkeiten liegen in einem breiten Spektrum und da kann jeder was mitnehmen. parelge Vielen Dank.